Willkommen am Freitag wieder mit Weha Self-Invest und Fit4Finanz. Mein Name ist Andreas Bernstein. Der Roland Gegen wird diesmal nicht von der Wall Street exklusiv berichten, aber wir schauen natürlich auch auf die Indizes und die Wirtschaftsdaten an der Wall Street, sondern aus Frankfurt mit Bulle und Bär. Da haben wir uns so ein bisschen dran gewöhnt. Die Aufklärung gibt es gleich nach dem Intro. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag zusammen. Ja, wir haben heute mal den Blick ein bisschen auf die Frankfurter Parkett gelenkt, beziehungsweise auf die Frankfurter Börse, denn es ist nicht nur Wochenabschluss, sondern auch Monats-, Quartals- und Halbjahresabschluss, alles zusammen. Da darf man auch mal so einen größeren Rückblick wagen, oder? Ganz genau. Von dem Hintergrund schauen wir heute dann auch auf die Tops und Flops des ersten Halbjahres und konzentrieren uns dabei auf die DAX-Werte. Die schauen wir uns sonst nicht so häufig an, aber da schauen wir heute mal etwas tiefer rein, was waren die besten DAX-Aktien, die schlechtesten, und geben dann vielleicht auch schon so einen kleinen Ausblick auf die kommenden Monate und Quartale, auf das zweite Halbjahr 2024. Aber zunächst schauen wir immer zunächst auf die Indizes und starten gerne auch wie immer mit dem DAX. Ja, sehr gerne. Der hat ja in dieser Woche sich mehrheitlich seitwärts bewegt. Also es gab immer mal wieder Aversion oder Ideen, um oben auszubrechen, und einzelne Bewegungen haben auch den Anschein erweckt. Aber weder oben noch unten, das Ganze zieht sich wie ein Dreieck zusammen. Ganz genau. Wir konsolidieren jetzt hier im Kassachat. Ich habe hier mal das CFD zunächst geöffnet. Ja, in einer recht engen Range zwischen 18.000 Punkten auf der Unterseite und 18.350, 18.400 auf der Oberseite. Ziemlich genau auch zwischen dem 100-Tage-Durchschnitt auf der Unterseite und dem 50-Tage-Durchschnitt auf der Oberseite, der so ein bisschen das Ganze auch im Verlauf dieser Woche gedeckelt hat. Und ja, du hast es schon gesagt, es ist eine Konsolidierung. Es ist eine Seitwärtswoche. Wenn wir hier mal den Future mit reinnehmen, sieht man, dass sich nicht allzu viel getan hat. Wir haben immer wieder Aufwärtsimpulse gesehen, sowohl am Montag als auch dann nochmal hier am Mittwoch, die aber auch in der Folge immer wieder relativ stark abverkauft worden sind. Jetzt haben wir uns heute Morgen wieder Richtung oberer Range-Begrenzung, hier der oberen Range-Begrenzung genähert sind, aber jetzt auch in der letzten halben Stunde hier etwas zurückgekommen. Und ja, vielleicht können ja dann die Inflationsdaten, die ja auch in Kürze, in zehn Minuten hier in den USA veröffentlicht werden, der PCE-Index entsprechen. Vielleicht können die noch für die nötige Volatilität und vielleicht auch für einen Ausbruch in die ein oder andere Richtung sorgen. Ja, das wäre doch schon schön. Ich habe das Intraday natürlich im Trading auch wahrgenommen, diese starken Bewegungen, vor allem am Mittwoch. Wenn man da ganz genau reinschaut, ist ja das Hoch vom Montag um ein paar Punkte überboten worden, um wenige Stunden später, das Tief vom Dienstag auch wieder um ein paar Punkte zu unterbieten und dann waren wir wieder drin in der Range. Ganz genau. Es war in der Tat ein kleiner Fehlausbruch auf der Oberseite zunächst hier am Mittwoch und dann eine sehr, sehr starke dynamische Abwärtsbewegung, die wir am Mittwoch gesehen haben. Kaum nennenswerte Rücksetzer entsprechend, nachdem diese Bewegung getriggert worden ist. Und der Donnerstag in einer sehr, sehr engen Range, muss man sagen. Und heute versucht man jetzt entsprechend, nachdem man Richtung Gap gehandelt hat, zunächst auf der Oberseite auszubrechen, aber kam jetzt auch wieder zurück. Und jetzt darf man gespannt sein, in welche Richtung dann der nächste Impuls stattfindet. Ja, und der dürfte dann, wenn man sich das in Erinnerung ruft, was ansonsten an großen Strecken am Markt passiert ist, auch nachhaltig sein. Denn wenn so eine Range einmal verlassen wird, dann ist perspektivisch immer mindestens die Hälfte der Range-Bewegung an den Chart mit anzupinnen, damit man so eine kleine Projektion hatte, wo man da rauskommt. Und das wären im DAX ja auf der Oberseite vielleicht schon neue Allzeithochs. Ja, das auf jeden Fall. Also wir sehen hier auch nochmal im Future, das Value Area Hoch des aktuellen Jahres hat auch in dieser Woche so ein bisschen einen Deckel dargestellt. Und darüber, denke ich, wäre der Weg frei, um auf jeden Fall vielleicht zunächst die Juni-Hochs entsprechend hier zu testen und dann perspektivisch vielleicht auch die Allzeithochs. Also da wäre sicherlich eine größere Bewegung möglich, sollten wir nochmal über diesen Widerstandsbereich hinaus handeln. Genau. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie die Rahmenbedingungen sind, politische Natur. Wir hatten vor einiger Zeit mal den Kakarant hier uns angeschaut. Und da ist tatsächlich jetzt in Frankreich das Thema Neuwahlen auf der Agenda, was sich auf ganz Europa auswirken könnte. Allein die französischen Anleihen, die sind mittlerweile auf den höchsten Stand seit dem Krisenjahr 2012. Also da preist man auch schon einiges Negatives ein. Ja, in der Tat. Ja, wir hatten eine sehr starke Abwärtsbewegung gesehen, nachdem diese Neuwahlen verkündet worden sind. Und dann eine kleine Gegenbewegung in der letzten Woche, die sich auch zu Beginn dieser Woche fortgesetzt hat, ziemlich genau auf die vormalige Unterstützung. Und die aber in der Tat hier auch als Widerstand fungiert hat, dieser Bereich bei ca. 7700. Und dann in dieser Woche auch wieder eine starke Abwärtstendenz, die wir hier gesehen haben, mit dem Test entsprechend der Tiefs, die wir hier am 14.06. ausgebildet haben. Und ja, darunter könnte wirklich auch nochmal ein deutlicher Abwärtsimpuls folgen. Die nächste nennenswerte Unterstützung liegt hier bei ca. 7.290. Also nochmal knapp 100 Punkte hier, 170 Punkte entfernt. Das sind sogar knapp 170 Punkte entsprechend. Also durchaus noch einiges an Raum auf der Unterseite sollte diese wichtige Unterstützung nicht halten. Und man sieht so, dass dieses positive Bild, dieser Aufwärtstrend jetzt in der Tat hier sich auch umkehrt. Man sieht es an den gleichen gleitenden Durchschnitten, die hier schon abwärts gerichtet sind in Form des 2050. Und auch der 100-Tage-Durchschnitt dreht schon abwärts. Der 200-Tage-Durchschnitt konnte nicht halten. Von daher sieht es aktuell weiterhin sehr negativ aus hier im Kakaront. Das werden wir weiter mit beobachten, weil es ja auch eine Abstrahlwirkung eben auf die anderen europäischen Länder hat. Und natürlich auch auf den Euro-US-Dollar. Der steht ein bisschen fest gezurrt an der 1.07. Und ich traue mich kaum zu fragen, gibt es das Dreieck noch? Ja, das gibt es noch. Und man hat jetzt mehrmals hier auf der Unterseite auch die untere Trendlinie getestet. Aber keinen weiteren Ausbruch jetzt auch entsprechend gewagt. Also die Volatilität nicht allzu groß in dieser Woche gewesen, hier auch im Euro-US-Dollar. Und ja, mal schauen, wann da auch der nächste Ausbruchsversuch in die eine oder andere Richtung vollzogen wird. Ja, das bleibt auf alle Fälle spannend. Noch spannender war es am US-Markt. Da hatten wir ja in der letzten Woche, vor allem am Donnerstag und Freitag im Nasdaq, sehr starke Abgaben gesehen. Die wurden angeführt unter anderem von Nvidia, aber auch eine Broadcom, Micron Technology. Also all die Technologiewerte, die davor extrem gefragt waren, waren dann auf einmal nicht mehr so gefragt und haben den Nasdaq nach unten getrieben. Am Montag auch nochmal. Aber dann stabilisierte sich das Bild und jetzt sind wir schon wieder rund ein Prozent nur noch von den Allzeithochs entfernt. Ganz genau. Der Markt konnte sich sehr gut stabilisieren zu Beginn der Woche und hat dann einen Aufwärtsimpuls vollzogen. Ist jetzt ja ziemlich genau in der Mitte der Vorwochen-Range hier auch angekommen. Aber das sieht in der Tat wieder sehr positiv aus und man hat die 20.000 hier auch zurückerobert. Auch im Future hatte man sie ja zu Beginn der Woche dann entsprechend nach unten verlassen. Aber auch gestern im späten Handel die 20.000 mehrmals getestet und man hat einiges an Kaufinteresse gefunden in diesem Bereich. Jetzt steht man ca. 150 Punkte höher und könnte vielleicht als nächstes Ziel auf der Oberseite die 20.200 hier nennen. Dort hatten wir in der letzten Woche das meistgehandelte Volumen und ja, das könnte durchaus vielleicht in den nächsten Minuten zu den Daten hier erreicht werden. Ja, da führen auch wieder die Verlierer, die wir in den Wochen oder Tagen davor gesehen hatten, die Gewinnerliste an. Im Dow Jones, die Salesforce, gestern auch wieder Tagesgewinner und eben im Nasdaq dann zum Beispiel gestern Tagesgewinner, die Supermicrocomputer. Aber wir wollen heute eher nach Europa schauen, zuvor aber noch in den USA die anderen Indizes uns anschauen. Der Dow Jones, der hat im Gleichlauf diesmal reagiert, in den letzten Tagen auch immer leichte Pluszeichen. Und das war gänzlich nochmal eine Fortsetzung von der Woche zuvor, als ja Nasdaq schwach und Dow Jones extrem stark war. Ja, er konnte sich in dieser Woche halten, zumindest auf Tagesschluss-Kursbasis, dann auch über der 39.400er-Marke hier entsprechend, auch außerhalb der Value Area des aktuellen Jahres. Also darüber sieht es weiterhin positiv aus, aus meiner Sicht, dass man vielleicht auch nochmal die 40.000 hier testen könnte und dann vielleicht auch nochmal Richtung Allzeithochs handeln könnte. In dieser Woche war es ja nicht ganz so stark wie im Nasdaq jetzt auch diese Gegenbewegung. Man war eher zum Wochenbeginn stark, hat dann federn lassen müssen am Dienstag und am Mittwoch, konnte sich jetzt aber gestern auch wieder stabilisieren und ist jetzt ziemlich genau in der Mitte der Range hier angekommen bei 39.560, knapp 39.600. Das ist aber durchaus hier im oberen Bereich der Vorwochen-Range. Ich denke, darüber könnten hier auch nochmal Aufschläge vielleicht noch heute oder in der nächsten Woche folgen. Ja, und wer gar nicht so mitgezogen hat, in dieser Woche, das war der Russell 2000. Den hatten wir jetzt schon ein paar Wochen nicht im Programm, aber der ist manchmal so ein bisschen konträr zu den großen Indizes, weil eben dort die Nebenwerte versammelt sind und weil das Kapital von einem Markt in den anderen überschwappt. Also trotzdem schauen wir uns den heute mal charttechnisch an. Genau, also der sieht auf Jahressicht ähnlich aus wie der Dow Jones entsprechend, ist aber bei weitem natürlich nicht so stark und von Allzeithochs kann hier keine Rede sein. Wenn man hier etwas rauszoomt, sieht man, dass die in weiter Ferne liegen, über 2450 entsprechend. Ja, er ist weiterhin eher in der Seitwärtskonsolidierung also er hat ja zu Beginn des Jahres oder dann im März versucht, auszubrechen auf der Oberseite über die Vorjahreshochs, ist aber schnell wieder zurückgefallen und ist auch jetzt weiterhin innerhalb der Vorjahresrange hier gefangen. Also 2100 ist hier eine sehr, sehr wichtige Marke. Wir nähern uns langsam wieder diesen Kursniveaus. Darüber würde das Bild sich deutlich aufhellen. Darunter ist, denke ich, weiterhin hier diese Range etabliert und der Markt oszilliert so ein bisschen vor sich hin. Ja, und da kommt es natürlich darauf an, wie die US-Wirtschaft sich insgesamt entwickelt. Bei den Nebenwerten, das Bruttoinlandsprodukt wurde bestätigt in der vorläufigen Schätzung in den USA 1,4 Prozent, soll es da nach oben gehen. Und beim S&P 500 hat man die Gunst der Stunde nach den Quartalszahlen nach den meisten genutzt, um auch die Kursziele hier anzuheben. Teilweise 6.000 Punkte wird hier schon in den Raum gestellt von JP Morgan zum Beispiel. Ja, der S&P kann sich weiterhin sehr, sehr gut behalten hier im oberen Bereich entsprechend und nähert sich so langsam auch wieder den Allzeithochs. Also auch in dieser Woche ein sehr positives Bild, was sich hier darstellt im Mini-S&P Future hier als exemplarisch, als Beispiel. Auch ähnlich wie der Nasdaq zu Beginn der Woche etwas schwächer, konnte sich stabilisieren und hat jetzt auch neue Wochenhochs hier ausgebildet in den letzten Handelsminuten entsprechend. Und ja, könnte vielleicht mit einer kleinen Bewegung dann auch die Vorwochenhochs erreichen und damit auch neue Allzeithochs. Ja, da bleiben wir gleich beim S&P und gehen nochmal in die kleinen Zeiteinheiten rein. Die Volatilität hat ja in den letzten Tagen ein bisschen nachgelassen. Und da sieht man trotzdem schöne Trends, die aber, ich will es nicht beschreien, aber von automatischen Handelssystemen vielleicht eher überwacht werden als von Tradern. Denn so wahnsinnig spannend ist so ein Handelsverlauf für mich Intraday jetzt nicht. Genau, es ist durchaus möglich. Man sieht ja auch immer wieder am V-Web des aktuellen Tages Kaufinteresse. Das signalisiert auf jeden Fall einen Aufwärtstrend hier Intraday. Und ja, Algorithmen nutzen auch häufig solche Marken. Also der V-Web, der volumengewichtete Durchschnittspreis, kommt ja auch aus dem institutionellen Handel. Und den finde ich daher auch wichtiger als andere gleitende Durchschnitte hier im Futures-Handel. Man sieht hier auch im Future jetzt das Orderbuch. Eine sehr, sehr große Order liegt hier bei 5.570 genau. Also fast 2.000 Kontrakte. Mal schauen, ob die noch drinbleibt. Ansonsten ist das Orderbuch jetzt relativ leer geräumt. Und mal schauen, ob die gefüllt wird oder so einen kleinen Widerstand markiert. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass diese Marke jetzt zumindest mal touchiert wird in den nächsten Sekunden. Gut, dass du sagst. Dann nehme ich die Order jetzt mal raus. Jetzt kommen auch die Zahlen in 5 Sekunden. Und hatte ich vergessen. Mal schauen, wie die Daten hier wahrgenommen werden. Es kommen ja verschiedenste Daten. Also wir haben nicht nur die PCE-Daten, sondern auch Einkaufsmanager-Index später noch. Und jetzt parallel die Konsumausgaben und die persönlichen Einkommen aus den USA. Der Nasdaq schwankt schon mal 40, 50 Punkte. Der DAX geht nach oben. Genau. Und der S&P geht auch nach oben. Wie gesagt, erst der Abfallsimpuls und wieder zum V-Web des aktuellen Tages. Also hier kamen auch die Algorithmen wieder rein bei 5.561. Jetzt sehen wir neue Tageshochs entsprechend. Also die Hürde von 5.570 wurde hier auch genommen entsprechend. Jetzt sieht man eine weitere große Order. Hier fünf Punkte darüber bei 5.575 entsprechend. Also die erste Reaktion auf der Oberseite jetzt mit neuen Tageshochs. Den PCE, die Kernrate, habe ich diesen 0,1 angestiegen. Erwartet wurde aber auch der Anstieg von 0,1. Im Vormonat waren es 0,2. Und die anderen kommen so langsam erst über die Ticke. Hast du da schon mehr zu? Ich habe jetzt auch diese Daten hier gesehen. Also diese 0,1 Prozent. Also inline entsprechend persönliche Einkommen. 0,5 Prozent sehe ich jetzt hier erwartet worden. 0,4 Prozent nach 0,3 Prozent im Vormonat. Okay. Die haben wir auch. Und die Konsumausgaben im Mai 0,2 Prozent. Da wurden erwartet 0,3. Weil 0,2 waren es auch schon im letzten Monat. Und dann haben wir nur noch die Konsumausgaben. Die kriegen wir auch noch raus, oder? Und die kriegen wir sicherlich auch noch raus. Hier rechts und links muss immer bei den Moni von hin und her. Noch ist es nicht da. Und ich habe noch zwei, drei News-Dienstleister. Da kann man ja immer ein bisschen hin und her switchen, was da kommt. Und da müssten, nee, sind noch nicht übermittelt bei mir. Konsumausgaben nur und PCE-Kernrate. Aber man kann schon sagen, die erste Reaktion war die falsche, oder? Es geht ja jetzt schon wieder rückwärts. Genau. Also nach den neuen Tageshochs sehen wir jetzt einen kleinen Rücklauf hier entsprechend auch im S&P. aber immer noch auf hohem Niveau entsprechen. Also der Markt hat nicht allzu volatil reagiert auf diese Zahlen. Da haben wir schon ganz andere Reaktionen gesehen. Auch nach den PCE-Daten. Aber diesmal wirklich mehr oder weniger in line. Also nicht wirklich neue Erkenntnisse, die wir hier vielleicht bekommen, was auch dann die Zinspolitik in den USA anbelangt. Und aktuell wird ja weiterhin dann die erste Zinssenkung hier eingepreist für den September. Wir können auch kurz rüber schauen zu dem FedWatch-Tool. Also bei der nächsten Zinssitzung hier im Juli wird aktuell noch nicht erwartet, dass die Fed tätig wird. Und dann erst im September mit aktuell 58% Wahrscheinlichkeit der erste Zinsschritt auf der Unterseite. Ja, und um auch nochmal die Indexstände im Vergleich zu gestern Abend durchzugeben, der Nasdaq würde, wenn der jetzt so eröffnet, rund 100 Punkte im Plus eröffnen. Und der S&P 521 Punkte, also 0,4%. Der Dow Jones fast unverändert plus 30 Punkte. Jetzt würde mich persönlich nochmal interessieren, kann man das nachvollziehen, ob diese große, dicke Order, ob da was gefüllt wurde, weil die steht auch schon wieder im Orderbuch. Genau, jetzt wurde sie wieder reingenommen. Da müsste man schauen, also in der Time in Sales, das geht natürlich sehr schnell, da müsste man in die Historie reinschauen, wie groß die Order dann wirklich entsprechend gefüllt worden ist auf diesem Niveau. Machen wir jetzt nicht, weil einfach zu viele Orders hier auch reinkommen. Aber könnte man, wenn man es genau wissen will, auf jeden Fall über die Time in Sales im Future dann auch exakt nachvollziehen. Ja, ich hatte mit einem Auge irgendwie gedacht, die ist rausgenommen worden und ist jetzt wieder reingenommen worden. Also auch die Institutionellen halten sich dann bei solchen Daten und den schnellen Schwankungen erstmal ein Stück zurück. Und das wäre auch zumindest meine Empfehlung, wenn man überhaupt eine geben darf, wie man an solche Termine rangeht, sich erstmal zurückhalten und schauen, ob es eine Richtung gibt, die länger bleibt. Ja, das auf jeden Fall. Man muss nicht unbedingt die Zahlen handeln, sondern die erste Reaktion abwarten und dann vielleicht, nachdem sich der Markt so ein bisschen konsolidiert, hat oder auf eine Richtung eingenommen hat, dann vielleicht in diese Richtung auch handeln. Ja, und in lange Richtung denken wir jetzt beim Blick auf den DAX, beziehungsweise die DAX-Aktien. Für das erste Halbjahr wollen wir ein Fazit ziehen, auch wenn noch ein paar Stunden Handel hier erlaubt ist. Aber da gab es tatsächlich sehr, sehr große Kursbewegungen. In der Tat. Also es war so, 23 DAX-Werte sind Stand aktuell im Plus. Auf Halbjahressicht 17 im Minus. Also ein bisschen gemischtes Bild. Und auf den vorderen Plätzen wird sich auf jeden Fall sicherlich nicht allzu viel ändern, auch wenn wir noch ein paar Stunden Handel vor uns haben. Entsprechend, ja, starten wir hier gerne mit dem Gewinner. Die Siemens Energy hat sich mehr als verdoppelt jetzt seit 01.01. mit plus 106%. Prozent entsprechend, gefolgt hier von der Rheinmetall plus 65,5%. SAP auch sehr, sehr stark in den letzten Monaten gewesen, plus 35,4%. Und auf Platz 4 die Commerzbank plus 31,8%. Auf der Verliererseite sieht man auch deutlich zweistellige Abgaben. Bei einer RWE, bei einer Brenntag minus 23,7%. Bei einer Conti minus 30,7%. Und das Schlusslicht des ersten Halbjahres bildet aktuell. Und so bleibt es dann wahrscheinlich auch zum Tagesschlusskurs die Sartorius mit minus 34,4%. Noch ganz kurz, warum schauen wir uns die Aktien hier auch jetzt wieder etwas näher an die DAX-Aktien? Wir von Wea Self-Invest, wir haben uns ja sonst so ein bisschen mehr auf die Futures und CFD spezialisiert und hier bei diesen Formaten auch immer auf Pre-Stocks, auf die US-Aktien fokussiert. Jetzt haben wir nochmal unser Partnerkonto, unser Multi-Märkte- oder Multi-Asset-Konto mit Interactive Brokers so ein bisschen aufleben kann. Und in diesem Konto kann man eben alles handeln entsprechend. Und gerade ist es auch interessant für die Aktien, für die deutschen Aktien, für die europäischen Aktien, vielleicht auch die französischen, die niederländischen entsprechend. Und ja, da sind wir auf jeden Fall konkurrenzfähig, was die Gebühren anbelangt, eine DAX-Aktie ab 3,90 Euro hier an der Cetra handeln zu können. Und man kann es ja auch vergleichen mit anderen IB-Resellern. Und da denke ich, sind wir aktuell der günstigste am Markt. Und ja, handeln kann man das entweder über die TWS oder mittlerweile auch über TradingView. Und dafür nutze ich jetzt für diese DAX-Analysen hier auch TradingView, weil das IB-Konto, das Interactive Brokers-Konto, kann ganz einfach hier angebunden werden, auch an TradingView. Da gibt es den Broker-Login, Interactive Brokers. Hier findet man ja auch den WH Self-Invest-Login für unser CFD Forex-Konto. Also auch das kann mittlerweile über TradingView gehandelt werden. Und in Kürze wird auch unser Futures-Konto über TradingView handelbar sein. Das ist ja doch eine sehr interessante Plattform. Dann hat man alles auch immer mobil mit dabei. Im Browser muss nicht unbedingt eine Software installieren. Von daher analysieren wir die DAX-Werte jetzt gerne hier auch über TradingView. Ja, sehr gerne. Und da hast du schon mal einen vorgegeben, und zwar den Gewinner schlechthin um 106 Prozent. Du hattest es eben auf der Übersicht gezeigt, ist die Siemens Energy angestiegen. Das war aber auch bitter nötig. Im letzten Jahr war es nämlich einer der Verlierer. Ganz genau. Im letzten Jahr war sie sehr, sehr schwach. Man sieht, wenn man etwas rauszoomt, dass die Aktie durchaus volatil war. Auch in den letzten Jahren, 2022 hat sie ihren Tief ausgebildet. Da gab es eine starke Gegenbewegung. Dann im letzten Jahr hat sie doch ordentlich geschwächelt. Auch hier neue Allzeittiefs ausgebildet entsprechend. Aber seitdem wirklich eine extrem starke Rallye hingelegt. Seit den Allzeittiefs im Oktober des letzten Jahres hat sie sich hier wirklich vervielfacht. Und seit Beginn des Jahres dann wirklich hier auch mehr als verdoppelt mittlerweile. Also die Trendumkehr ist letztendlich gelungen. Und ja, nach den Hochs sehen wir jetzt eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Man sieht auch, der 50-Tage-Durchschnitt wurde hier schon seit langer, langer Zeit nicht mehr getestet. Zu Beginn des Jahres zuletzt im Januar. Und ich denke, diese Konsolidierung tut der Aktie sicherlich gut. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Marke von knapp 25 Dollar hier vielleicht kurzfristig auch nochmal einen Widerstand darstellt. Vielleicht wird dann auch nochmal der 50-Tage-Durchschnitt angelaufen. Und der nächste Ausbruchsversuch wäre dann vielleicht auch erfolgreich auf der Oberseite. Ich denke, vielleicht noch etwas die Konsolidierung abwarten. Und dann kann man, denke ich, auf der Oberseite hier versuchen, in diesen schönen Aufwärtstrend einzusteigen. Und das Ganze vielleicht auch relativ eng absichern. Und dann können perspektivisch, denke ich, in der Siemens Energy auch nochmal deutlich höhere Kursziele hier anvisiert werden. Die 30-Euro-Marke als runde Marke hier sicherlich auch psychologisch wichtig. Und dann perspektivisch sicherlich auch die Allzeithochs, die wieder ein Thema sein könnten. Auf jeden Fall eine sehr spannende Aktie, die auch volatil ist. Und ja, der Top-Wert aus dem DAX in diesem Jahr. Eine Menge Infos dazu haben wir auch nochmal zusammengefasst und als Video abgedreht. Und da gehen wir auch auf das Sorgenkind Siemens Gamesa ein, die spanische Tochter, die ja für ganz viele Verluste in den letzten Monaten immer wieder verantwortlich war. Genau. Siemens Gamesa, da geht es ja um die erneuerbaren Energien entsprechend. Das ist nicht so gut gelaufen entsprechend in den letzten Quartalen. Aber da hat man natürlich riesiges Potenzial, zumindest mittelfristig. Weil, wie es so aussieht, wird er auch weiterhin in der EU und insbesondere in Deutschland auf die erneuerbaren Energien ganz klar gesetzt. Der Green Deal, den gibt es weiter in der EU entsprechend. Das scheint sich auch vor dem neuen EU-Parlament weiter so darzustellen, dass es da keine großen Veränderungen gibt. Von daher sicherlich ist die Zukunft für die Siemens Energy auch mit der Sparte der erneuerbaren Energien sehr, sehr gut. Und da muss man schauen, wann das Ganze dann letztendlich auch in wahre Münze umgewandelt werden kann und sich das dann in den Umsätzen und insbesondere auch in Gewinnen widerspiegelt. Aber probbare Münze, der Siemens-Konzern, vielleicht schauen wir uns sehen an der Stelle auch gleich mal mit an, ist ja eines der DAX-Schwergewichte und ist immer noch zu 25 Prozent an der Siemens Energy beteiligt. Da würde also eine Gewinndynamik direkt auf die Bilanz der Siemens mit einzahlen. Ja, ich schaue mal gerade die Siemens. Hier bricht mich direkt als Erste hier. Stocks angeboten, da haben wir sie und da haben wir auch die Xetra, ganz genau. Also die Aktie hat auf jeden Fall auch einen starken Impuls hingelegt, seit den Tiefs, die wir hier auch ähnlich am Ende Oktober des letzten Jahren ausgebildet haben. Seitdem auch eine starke Bewegung, nicht so stark wie in der Siemens Energy. Aber die Aktie ist auch nach dieser Seitwärtskonsolidierung, die wir 2023 gesehen haben, ausgebrochen auf der Oberseite, also über die Marke von ca. 160, 162 Dollar entsprechend. Kam jetzt etwas zurück zuletzt seit den Jahreshochs bei 188 Dollar. Ja, fast ABC-Korrektur, die die Aktie hingelegt hat. Aktuell stößte sie sich so ein bisschen in den Kopf hier im Bereich des 50- und 100-Tage-Durchschnitts bei ca. 175 Euro entsprechend. Mal schauen, wenn diese Hürde genommen werden kann, ist, denke ich, der Weg frei. Auf der Oberseite dann auch zu deutlich höheren Kursniveaus. Ansonsten vielleicht konsolidiert die Aktie auch noch etwas weiter und kommt auch noch mal zurück zum 200-Tage-Durchschnitt. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Niveau hier bei ca. 175 Dollar. Darüber ganz klar long. Darunter ist vielleicht weiter Konsolidierung angesagt. Was vielleicht manche noch in Erinnerung haben, Siemens stammt ja ursprünglich aus Berlin. Und da gibt es auch ein Stadtviertel, möchte ich schon fast sagen, die Siemens-Stadt. Und am Dienstag gab es da die Grundsteinlegung. Da möchte Siemens nämlich insgesamt 750 Millionen investieren in dieses Hauptstadtquartier und dort die Forschung, Entwicklung und auch Wohnen miteinander verbinden. Also das erinnert an die Anfänge von Siemens. Das wird bestimmt richtig cool. Ja, das auf jeden Fall wird interessant werden, wie das dann am Ende aussieht, wenn es fertiggestellt ist. Die Baupläne bzw. die Bilder, die man schon dann quasi in 3D im Internet bewundern kann, mit 3000 Wohnungen ja schon angeschaut. Das sieht schon sehr, sehr schick aus. Platz zwei. Und da ist man sicherlich auch gespalten über die Produkte, ist die Rheinmetall gewesen bei den DAX-Tops in diesem Jahr. Wir sind uns sicherlich alle einig, dass man zur Verteidigung eines Landes auch Waffen benötigt. Und Rheinmetall ist eben einer der führenden Hersteller dafür. Und da in den letzten Jahren seitens der Bundeswehr zum Beispiel wenig Investitionen vorgenommen worden und wir in Europa auch einen Krieg haben, wird Rheinmetall immer weiter gefragt. Ja, das auf jeden Fall. Die Aktie war ja jahrelang Stammmitglied im MDAX, könnte man sagen. Und wurde letztendlich dann aufgenommen in den DAX. Also gehört mittlerweile zu den größten 40 deutschen Werten entsprechend. Und ja, gerade im Zuge natürlich des Ukraine-Konfliktes, des Krieges durch Russland verursacht. Entsprechend ist die Nachfrage nach Waffen, nach Munition, aber auch nach gepanzerten Fahrzeugen und Panzern immer größer geworden. Und das hat natürlich zu einem enormen Umsatzschub hier geführt. Bei der Rheinmetall, die ganz klar hier in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend, insbesondere zu Beginn dieses Jahres, jetzt nochmal die fast parabolische Bewegung. Jetzt sehen wir die Konsolidierung hier bis in den Bereich des 100-Tage-Durchschnitts. Und das ist jetzt auch in diesem Bereich eine wichtige Unterstützung, denke ich, bei ca. 470, 475 Dollar, wo die Aktie aktuell quotiert, sollte diese Marke halten. Denke ich, könnte die Aktie auch nochmal den nächsten Impuls auf der Oberseite hinlegen. Auch kürze ich ja nochmal die neue Bestellung. Ich glaube, 8,5 Milliarden Euro wurden ja jetzt nochmal hier entsprechend an Aufträgen ausgegeben. Wenn es hier um Munition geht, ein Großteil davon wird auch wieder in die Ukraine fließen. Also die Auftragsbücher sind voll entsprechend bei der Rheinmetall, gerade was dieses Thema angelangt. Aber man hat ja noch andere Sparten. Mittlerweile wurde das ja alles wieder im Konzern vereint. Und man hat ja auch diesen Sektor, wo man quasi als Zulieferung für die Automobilindustrie gilt. Der ist natürlich nicht ganz so kurs, weil man hauptsächlich sich auf diese Verteidigungsmaßnahmen, Munition und gepanzerte Fahrzeuge fokussiert. Aber aktuell sieht es sehr, sehr gut aus. Und da muss man schauen, wie die nächsten Quartalszahlen ausfallen. Aber ich denke, nach dieser Konsolidierung könnte die Aktie in Kürze vielleicht auch nochmal spannend werden. Der Aufwärtstrend ist auf jeden Fall ganz klar weiter intakt. Ja, das wollte ich auf alle Fälle auch nochmal ein bisschen ausführlicher anmerken. Da geht es nämlich um zum Beispiel Kühlmittelpumpen. Und erst gestern wurde unterschrieben, ein Großauftrag in einer dreistelligen Millionenhöhe für die Automobilzulieferungsindustrie. Da werden die Kühlmittelpumpen für die hybriden Autos produziert. Und bis 2030 übrigens, also ist ein Auftrag über mehrere Jahre und bis 2045 auch der Servicevertrag eingehalten. Und das sind Ausrichtungen, da schaue ich mir in der Rheinmetall natürlich lieber an, als wenn ein Panzer gebaut wird. Das auf jeden Fall. Und ja, da ist es auch gut, dass man sich da breit aufstellt. Weil man weiß natürlich nie, wie sich das Thema weiterentwickelt von Regierungsseite. Man will sich vielleicht nicht nur von der Politik abhängig machen, weil die kann sich natürlich auch schon wieder ändern, vielleicht nach der nächsten Bundestagswahl. Wer weiß, wie dann die Verteidigungspolitik weiter ausgelegt wird. Von daher ist es gut, dass man da auch weitere Standbeine hat, um da auch perspektivisch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht nur von einer Sparte abhängig zu sein. Genau. Jetzt hat man als den Aufsteiger im DAX, der stark wächst, die Rheinmetall davor, Siemens Energy. Siemens, kommen wir zu SAP. Das ist tatsächlich das Schwergewicht im DAX. Und wenn man das von der Marktkapitalisierung mal mit der Siemens gegenüberstellt, kommt die SAP gerade auf 230 Milliarden und die Siemens auf 135 Milliarden. Also das ist tatsächlich ein Gigant. Ja, das ist auf jeden Fall ein Gigant, der auch nicht nur im DAX gelistet ist, er ist ja als größtes Unternehmen. Er ist auch im Eurostox ein sehr wichtiges Mitglied, im MSCI World vertreten und so weiter. Also das größte deutsche Unternehmen entsprechend, das an der Börse gelistet ist. Und die Aktie ja seit Beginn, seit Ende 2022, Beginn 2023 in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Das sieht man hier schon anhand der gleitenden Durchschnitte entsprechend. Zuletzt hier auch neue Hochs hier ausgebildet. Also das ist wirklich ein phänomenal starker Aufwärtstrend. Und nach der Konsolidierung, die wir jetzt gesehen haben, eigentlich seit Ende April, Anfang Mai, ist der Ausbruch jetzt auch auf der Oberseite hier entsprechend wieder gelungen entsprechend. Und ja, das sieht weiterhin nach einem sehr, sehr starken Trend und nach einer sehr, sehr starken Bewegung hier aus. In den letzten Monaten haben wir ja häufig über die Sales Force gesprochen, die ein bisschen unter die Räder gekommen ist nach den Quartalszahlen. Das hat die SAP nicht belastet. Und da muss man quasi bei so einem Konkurrenzunternehmen eher in die Richtung denken, wenn Sales Force Kunden verliert, könnte SAP welche gewinnen. Ja, das gilt man durchaus als direkter Konkurrent. Genauso wie Oracle da auch noch mit im Boot ist. Das sind vielleicht die großen drei in diesem Sektor. Von daher muss man schauen, wie sich da die Marktanteile weiter aufteilen in den kommenden Monaten und Quartalen. Auf jeden Fall ist SAP weiterhin stark. Das haben auch die letzten Zahlen gezeigt. Und man muss sich da vor den großen US-Mitbewerbern auf jeden Fall nicht verstecken. Ja, vielleicht hat man da auch in Richtung Sparmaßnahmen zu weit sich aus dem Fenster gelehnt. Dann auch noch eine kleine, fast schon Anekdote. Im ersten Quartal sollten die Kosten gesenkt werden. Unter anderem wurde intern ausgerufen, wer in den Vorruhestand gehen möchte, der möge sich bewerben. Und dann gibt es ein Vorruhestandsprogramm bei SAP. Und tatsächlich haben das aber mehr Mitarbeiter jetzt vollzogen. Also über 5000 Bewerbungen gab es dafür. So viele wollte man gar nicht entlassen. Ja, da darf man gespannt sein, ob da der eine oder andere dann doch nicht in den Ruhestand geschickt wird. Ja, auf jeden Fall, ich denke, weiterhin auch ein attraktiver Arbeitgeber. Daran wird es nicht unbedingt liegen, sondern vielleicht eher an der persönlichen Lebensplanung. Und ja, man sucht da auch immer händeringend nach qualifiziertem Personal. Also auch da spürt man natürlich den Fachkräftemangel bei SAP. Aber da tut man auch einiges, um dem entgegenzuwirken. Ja, das stimmt. Kommen wir noch zu einem Traditionsunternehmen mit einer ganz, ganz langen Historie. Und zwar dem Verlierer. Und ich sage mal, wie es damals hieß, die Feinmechanische Werkstatt aus Göttingen 1870. Wie heißt es denn heute? Kommst du drauf? Sartorius. Ja, tatsächlich. Medizin, Technik, Branche. Und man hat die Prognosen ein bisschen einkasiert, die Gewinnziele runtergeschraubt. Und das schon mehrfach. Und deswegen ist die Aktie momentan auf dem Vierjahrestief. Ja, auf dem Vierjahrestief. Wenn man hier mal ganz weit rauszoomt, sieht man die starke Aufwärtsbewegung bis ins Jahr 2021 hinein. Und ab Anfang 2022 ging es eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung. Der Trend hat sich umgekehrt. Und jede Gegenbewegung wird wieder sehr, sehr stark abverkauft. Auch zuletzt entsprechend sieht man hier das Gap nach den Zahlen hier im April und seitdem nochmal eine sehr, sehr starke Abwärtsbewegung. Wir sind jetzt hier, ja, waren im Bereich der Vorjahrestiefs. Die haben wir kurzfristig unterschritten, sind weiterhin auf diesen Niveaus. Also bei ca. 200, 215 bis 220 Dollar. Das ist hier die Marke, die es zu halten gilt entsprechend. Aktuell sieht es aber noch nicht wirklich nach einer Bodenbildung aus. Da muss, vielleicht folgt natürlich jetzt mal eine Gegenbewegung im bestehenden Abwärtstrend. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, mal eine Gegenbewegung zum 50-Tage-Durchschnitt. Und dann, ob da perspektivisch mehr draus wird, auf jeden Fall. Weiterhin sieht man, dass die Aktie hier auch charttechnisch Schwäche zeigt und nicht unbedingt einen Kaufkandidaten zumindest kurzfristig hier darstellt. Mal ein kleines Zahlenspiel vom Höchstkurs bei 630 Euro bis jetzt zum aktuellen Kurs sind es minus 70 Prozent. Und wenn man aber von dem Höchstkurs bei 630 Euro zehn Jahre zurückgeht, da wären es plus 7000 Prozent gewesen. Genau, da sieht man, wie die Aktie wirklich eine extrem starke Bewegung über Jahre gehabt hat entsprechend. Aber jetzt steckt man auch seit mehreren Jahren hier im Abwärtstrend. Von daher, ja, macht es auch immer Sinn, auf die starken Aktien zu setzen. Man sieht, wie lange solche Trends anhalten können. Aber dann auch die Reißleine zu ziehen, wenn sich ein Trend umkehrt. Und da muss man eine Aktie nicht über Jahre im Depot halten und darauf hoffen, dass irgendwann die Allzeithochs nochmal erreicht werden. Sondern, wie gesagt, es gibt genügend starke Aktien, in die man auch mittel- bis langfristig investieren kann. Deswegen haben wir ja auch mehr starke als schwache heute vorgestellt. Aber wenn es mehr Interesse natürlich an deutschen Aktien oder europäischen Allgemeinen gibt, dann gerne unter dem Video kommentieren. Dann nehmen wir das Format regelmäßig mit aufmachen. Vielleicht auch einen Wochen- oder auch einen Monatsrückblick oder Ausblick hier mit entsprechend in den Kanal. Also, wir haben schon mehr als 30 Minuten. Ich könnte gar nicht aufhören mit dir. Aber die Sendezeit ist immer begrenzt und deine Arbeitszeit sowieso. Insofern würde ich sagen, am Montag sehen wir uns wieder mit dem Wochenausblick und dann auch ganz interaktiv mit allen Fragen, die mitgebracht werden. Ganz genau. Da analysieren wir gerne Wunschwerte, egal ob aus den USA oder aus Deutschland oder aus Europa. Von daher gerne anmelden und dann schon mal allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.